ja halli hallo mein lieben und herzlich willkommen zum start ins wochenende mit der outer worlds ja wir sind auf skula gelandet und wir müssen hier zum einen den captain arian finden und zum anderen haben wir auch noch hier eine wissenschaftswaffe zu suchen also die sollte irgendwie auch noch irgendwo sein schauen wir mal ob wir beides finden wir starten mal hier mit dem captain arian den suchen wir jetzt so parvati und alle sind mit dabei und gucken mal da unten soll der captain irgendwo sein also schauen wir so ich denke mal hier geht es runter sieht auf jeden fall schon mal interessant aus das ding da das ist so ein minennager denke ich vermute ich doch mal irgendwas wird da abgebaut ja gut gehen wir erstmal rein zum was verkaufstautomat wo war denn der egal wurscht so nicht mit unwichtigen details aufhalten ja so oder was ist das oder sind irgendwelche fücher okay alles gut alles gut was haben wir hier irgendwie was ist das ist das so ein energiezaun soll das sein vermute ich mal da dieses gewabere naja sieht man aus wie ein energiezaun aber jetzt bin ich doch neugierig was das hier für viele viecher sind ne gucken was sie so können hallo du da dreh ich mal um das ist ein ganz großer also das lässt mir voll kalt ja ja komm gib ihm einen hammer so jetzt ruf ruf das lässt sich gerade kalt okay wir müssen mal kurz fersengeld geben kommt das nach hey was schmeißen du da auf mich du schmeißt felden auf mich ich glaub du spinnst tschö 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 ja ja war ja klar dass sie jetzt vor uns auftaucht ne das dumme ding ja war dies jung da tut mir leid dass du jetzt betäubt bist oh komm doch komm doch komm doch hm 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 was ist das ein fisch haben wir direkt den boss erwischt oder wie sehe ich das hier herr ja� ich habe keine ich habe für meine andere woome keine munition mehr verdammt oh 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 komm lauf 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 entstehen bleiben lauf Oh doll, wir sind verwirrt. Ah, noch weg. Komm doch weg, ich häng fest. Scheiße. Mei, ja, ja, ne. Was ist denn das für ein Viech, sage ich mal, ey. Jesus, ey. Was war denn das? Ich glaube, wir haben direkt so einen Boss erwischt hier. Puh. Der ist ein Sprinterlauf. Aha. Der ist ja nett. Aha. Oh, ja, schön. Fawati, ihr seid okay wieder, ja? Alles klar mit euch? Oh, geht schon wieder, ne? Ei, 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 ei. Ach, direkt mal der Action hier am Anfang. Mann, 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 Mann. So, wo müssen wir jetzt wieder lang? Da hinten, okay. Oh. Alles gut überstanden, zum Glück. Die Kampfthrone wohl eher weniger. Naja, okay, 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 okay. Aber ich muss mich trotzdem mal kurz hier umschauen. Ich bin neugierig. Ja, Jäger und Sammler, ne? Ach, schwere Munition ist immer gut. Energiezelle. Was ist das da? Auch eine Drohne, ne? Energiezelle. Ah, gut. So. Aha. Da ist er doch, ne? Banditenanführer. Ähm. Hi. Tja, nicht weglaufen, Kerl. So. Läuft einfach weg. Der spinnt ja wohl. BIT-Modul, schwere Munition. Aber jetzt nehmen wir mal kurz mit. Jo. Wo sind die restlichen Toten? Die müssen plündern hier. Hä? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da liegt einer. BIT-Modul, Energiezelle. Das nehmen wir alles mal mit. Was hast du bei dir? Nix, oder was? Tja, unverschämt. Wo ist der Rest? Keine Ahnung. Egal. So. Ja, Junge, ne? Haben wir dir den Arsch gerettet? Das ist jetzt doch nix. Hi, Captain. Wie schaut's aus? Mhm. 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 Wie kennt ihr zwei euch? Äh, ja. Äh, ja. Ja, klar. Siegesschweiß. Ja, klar. Siegesschweiß. Ja, ja. Ja, ja. Aber sicher, Kumpel. Ja, was wollten sie denn? Meds, I'm guessing. Pirates love Bits. And unlabeled Meds are worth a bundle. Aha. Okay, okay, okay. Ähm, ja, für wen sind die Medikamente? Supposed to be for the groundbreaker, but getting shocked tends to hinder one's delivery plans. Mhm, 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 mhm. Ähm, gut, das ist eigentlich klar, dass sie das brauchen, aber machen wir's trotzdem mal. Wieso braucht die Groundbreaker deine nachgemachten Medikamente? Hey, who are you calling bootleg? I'll have you know, these are 100% genuine stolen drugs. Hahaha, alles klar. Na schön, wieso braucht die Groundbreaker deine gestohlenen Medikamente? Because the board, in all their herpetological wisdom, will only sell the Meds at a huge markup. Mhm. Groundbreaker knows better than to pay board prices. Not when they've got me running for them. More importantly, they can afford to. So, so, okay. Ja, und was wirst du jetzt tun? Well, I've got some repairs to do. Thankfully, I'm a skilled mechanic as I am a violence resolution expert. Mhm. Then, to the Groundbreaker. Better late than ever, I say. Unless you're very late. Then you might consider defaulting and skipping station. Those fees will bankrupt you. Ja. Ja, aber alter, hey, wo ist mein Dankeschön? Du hast Glück am Leben zu sein. Thank you for what? I had this all squared away until you showed up and riled the pirates. Ja, ja, klar. And now, I'll be off. Good day. And do give my chilliest regards to Wanda. Mhm. Mhm. And farewell to you, dear Dr. Fenhill. Well, I trust I'll see you next time I find myself on the Groundbreaker. Mhm. You better hope not. Mhm. 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 Soll das hier etwa ein Raumschiff sein? Mhm. Echt jetzt? Was ist denn das für ein Ding? So eine Rettungskaps oder was soll das hier sein? Das ist doch kein Raumschiff, Junge. Mhm. Naja, okay. Okay. So, aber den haben wir jetzt jedenfalls gefunden. Da können wir dir Wanda Bescheid geben, dass der in Ordnung ist. Nee. Aber wir müssen auch noch hier so eine Waffe finden. Ja. So, mithilfe des Datenschiffs des Außenposten von den FISOS Mining of Skiller konntest du in Erfahrung bringen, dass einer der Arbeiter durch eine mächtige Waffe getötet worden war. Durchsuche den Außenposten nach der Waffe. Ja, gut. Okay. Klicken wir das mal an. Und wir suchen mal. Da ist der Außenposten. Duncan. Aha, okay. Skillerwaffe. Aha. Also da irgendwo. Ja, schauen wir hier mal ganz kurz hier mal um. Vielleicht gibt es hier noch was, was wir brauchen können, wie Bit-Module. Das nehmen wir mal mit zum zerlegen. So. Haben wir da mal einen Kampf drüber? Nichts. Ist da noch irgendwie was? Hm. Sieht nicht so aus. Hm. Da hinten gibt es wahrscheinlich auch nichts, oder? Haben wir jetzt eine Munition? Ja, wir haben eine Munition. Wenigstens ein bisschen. Okay. Schön. Da gibt es nix da oben, ne? Äh. Äh. Da was passiert, wenn ich dagegen laufe? Nein, ich mach's nicht. Haha. Ich erinnere mich da an eine unrühmliche Folge. Ähm. Ähm. Mit mir und einem, ähm. 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 Energie-Gitter. Ja. Das war eine sehr unforteilhafte Begegnung. Und da ist schon mal so ein Koloss. Hm. Ach komm, wir brauchen EPs. Tsan. Hier ist es. Ja, da ist es. Nee. Ach, es ist es. Guck. E questo. Guck. 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 Guck ja. Guck. Wo sind sie denn? Ach, das Spiel war leer. Oh Mann. Der schießt die scheiß Knarre nicht. Sehr schön. Schön gemacht. Brav. Ist fast wieder gestorben, aber passt schon. Ja, ich muss mir deine Klamotten ein bisschen aufwerten. Du läufst immer noch im Mechanic-Overall rum. Mit Level 3 oder was du hast. Keine Ahnung. Ich weiß, ich muss dich mal ein bisschen besser ausstatten. Mach ich auch noch, versprochen. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Das nächste Mal, dann bist du dran. Also, nee, dann werde ich mich um dich kümmern. So. Was aber hier noch Schönes. Hier ist nix. Da ist es auch. Nichts. Lobe die. Was gut. Naja, schon klar. So ein Planetoid, der ist halt leicht inkontinent, der kann nichts halten, auch keine Atmosphäre. Habe ich nicht alles an Waffen da? Muss man gerade kurz schauen. Das kann ich einmal rausnehmen. Das braucht auch schwere Munition, das Ding. Habe ich also auch nicht. Das ist alles schwer, alles schwer, alles schwer, alles schwer. Auch das ist schwer. Ich habe noch eine Energiewaffe. Könnte man das mal reinmachen. So. Ja, probieren wir es mal damit. Einen Stromstaller könnte man auch mal probieren irgendwann. So. Ähm, weg. Ja. Ich glaube, ich muss die Waffe reparieren, ne? Ja, das ist nicht mehr so ein guter Zustand. Komm, wir reparieren mal. Ja, ja, hab gut. Packenteile. Passt schon, passt schon. Ja, komm, ich reparieren wir auch mal. Alles gut. Müssen wir unsere Rüstung auch reparieren? Nö, es geht alles noch. Alles noch im grünen Bereich. So. Gibt es hier irgendwas noch zu entdecken? Was? Wo? Warte Scheiße. Hey, Kerl. He, schießen in den Hintern, genau. Schieß ihm in den Hintern. Du, gib ihm einen mit dem Hammer auf dem Fuß. He, 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 he. Nö, ne. Von mir sowieso nicht. He, he, he. Ist das witzig. Feuerzeug, Feuerzeug ist auch lustig. Wurfballkarten. Oh jesu, was hat denn da alles dabei? Ich sage mal. Das ist ja krass. Gehirn. Hurfballkarten. Halskette. Mott. Aha. Was ist neu? Ein Megatrocklo war das. Aha. Woll der Schalter, eh? Mal lieber. Wat für ein Viech. Oh, hallo. Gut, doch. Gleiches Sturmgewehr. Auch schwere Munition. Da waren wir sogar... Waren wir da eigentlich schon mal da gucken, so? So, da vorne gibt's nix mehr hier, ne? Glaube ich. Nee, da... Nee, da ist schon wohl die Grube. Oder was auch immer das sein soll hier. Nee, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Du, 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 du. Was ist da, Schönes? Nix. Nix. Nix, nix, nix. Haben wir die ganzen Fische jetzt ausgerottet hier auf den Planetoiden. Was auch immer das sein soll hier. Was? Das ist noch so ein Koloss. Verdammt. Und du hinterher. Ja, komm. Zack, hol. Und jetzt noch einen drauf hier. Und noch einen drauf. Und noch einen drauf. Ich treffe ja gar nicht. Mann, scheiße. Von hinten. Ah, danke für den Tipp. Hab's gemerkt. Sag mal. Ähm, was? Was ist denn das? Okay. So was habe ich schon lange mehr gehabt. Schwächentorial. Auf deinen Abendtag können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen. Doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Hä? Hä? Was denn für eine Schwäche? Weiter. Troglophobie. Du wurdest in der Vergangenheit wiederholt von Troglos verprügelt. Was? Was Spuren bei dir hinterlassen hat. Und wenn du... Oder einer deiner Begleiter von einem Trogl angriffen werdet, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Belohnung, ein Vorderungspunkt. Nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Das will ich nicht. Nö, will ich nicht. Wo ist der denn eigentlich hin? Ich hätte den gerne geplündert. Natürlich nicht. Wo ist denn dein großer Kompagnon? Der lag doch hier. Hä? Na gut. Wie auch immer. Dann eben nicht. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Da ist die Sküllerwaffe. Okay. Gibt es hier noch was? Na, Kleiner? Was haben wir hier? Das ist eigentlich so ein Hirnwert. Mal gucken. Das müsste doch hier im Schrott drin sein. Trog-Know-How-T. 50. Ey, das ist ja gar nicht mal... Das sollte man echt mitnehmen. Das sehe ich jetzt mal gerade so. Das ist ja richtig viel wert. Also, relativ, ne? Na, guck. Na, so gehend. So. Habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken drum gemacht, so was die ganzen Sachen eigentlich wert sind, ne? Was sich lohnt mitzunehmen, was man besser liegen lässt. Ich nehme mir irgendwie alles mit oder ich sage, siegen. Ich mache das immer so gerade nach Gefühl. Ist doch nicht auch nicht gerade die sinnvollste Art und Weise, aber naja, was soll's. Bisher haben wir noch alles irgendwie hingekriegt, ne? So, gucken wir mal, was gibt's denn hier jetzt? Ich guck mal hier rein. Ne. Gibt's hier irgendwo was? Hallo? Kommt raus. Ah, ja. Schön. Schön, schön, schön. Aber hier ist versiegelt. Okay, schade. Was ist das da hinten? Eine Kampfdrohne. Oh. Kämpft ihr direkt mit uns? Oder... Roboter-Wach-Posten? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich geht die direkt auf uns los. Das ist das dumme Ding. Die haben auf jeden Fall einen mit einem. Oh. Fuck, verdammt. Ja, geht aus dem Weg. Was ist das für eine scheiß Kamera-Perspektive? Alter, was ist denn hier los? Hey, es ist ja... Schlagfest. Och, Fawati. Komm, gib's ihm. Gib's ihm. Fawati, alles klar. Steh auf, Mädel. Schüttel dich. Alles gut. Mensch. Jag mir jetzt nur Schlecken ein. Ne, ne, ne. Ja, ich kümmere mich um dich. Ich verspreche es. Ja, ich muss unbedingt ihre Rüstung und so weiter aufbessern. Die Gute läuft immer noch in dem, wie gesagt, in dem Mechanic-Overall rum. Machen wir noch. Machen wir noch. Machen wir noch. So, wo war denn jetzt hier diese Waffe? Da, Skiller-Waffe. So, da geht's. Was ist denn das Grüne da hinten? Da würde ich gerade gleich mal gucken gehen, was das noch ist. Vielleicht findet man da etwas Schönes. Wahrscheinlich. Nein. Hallo, jemand drin, der sterben will? Nein? Okay. Schwere Munition. Ne, was mache ich denn? Schwere Munition. Ah, Kikanhan. Ist das die Waffe? Mandibularer Redistributor. Du meine Güte. Aha. Schaden, Spezialeffekte, Taumel, Wissenschaftsracht. Diese Waffe wurde von einem unbekannten und möglicherweise verrückten Wissenschaftler geschaffen. Wie genau sie funktioniert und warum, ist noch immer ein Mysterium. Es gibt kein zweites Exemplar. Schön. Gut. Haben wir die auch. Und jetzt muss ich noch mal nach Hinweisen suchen. Naja, gut. Aber das jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Ähm. Okay. Vielleicht tun wir wieder eine Hinweise. Bla, 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 bla. Alter, ach, tschuldigung. Okay, also, nee, das... Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Nein, ich lese das jetzt nicht alles. Dann ist die Folge vorbei. Nein, das mache ich nicht. Wenn ihr das lesen möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr das Video anhaltet. Ja. Ich lese mir das beim Schneiden durch. So. Was haben wir da Schönes? Happy Birthday to you. Mhm. Okay, also. Haben wir das auch geklärt. Gibt es hier irgendwas? Gibt es sonst noch irgendwas? Die Limo kannst du behalten. Nee, ansonsten scheint es hier nichts Interessantes mehr zu geben, außer ein Klo. Die könnt ihr auch behalten. Ja. Was ist hier noch Schönes? Bit-Module, die nehmen wir natürlich mit. Schlafen will ich es aber nicht. Bit-Module. Ja klar, mit gutem Kontakt nehmen wir auch. So. Das Grüne da unten will ich mal gerne hinlaufen. Wollen wir gerne schauen, was das da noch ist. Alles klar? Pff. So. Ach, guck mal, das ist eine Höhle. Ui. Ui, 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 ui. Eine Höhle. Mhm. Okay. Pack mal die Knarre aus. Aha. Hallo, ihr kleinen Viecher. Ich muss mal ganz kurz speichern. Bisschen doing spread. Aha. Ja, schön. Zurückgelassene Projektionsdrohne. Hi. Hast du was zu sagen? Ist es? Ja. Das ist die Hauptfunktion. Excavator. Owner. Hephaestus Mining Corporation. Other functions include dialogue. Limited current active commands. Excavation. That is all. Ähm, was gräbst du aus? This unit is removing rock matter in search of minerals, metals and other forms of matter designated valuable. Ah ja. Mhm. Schön. Okay, ja. Also ich glaube, diese Ort wurde aufgegeben. Kannst du aufhören. Negative. Aha. The presence or absence of human operators does not impact this unit's assigned direct This unit achieves perfection by fulfilling its directive. This unit needs to learn how to have a good time. There's something right soothing about having a job and doing it proper. If you want to keep working, little guy, I say you do it. This unit has now exhausted its available library of opinions about excavation. Mhm. Naja, also dann. Vielen Glück. Thank you for your consumer loyalty, Junior Excavator. Mhm. This unit will store this exchange in its memory banks. Always. Schön. Schön, schön. Dann boh mal weiter. Hm. Okay. Was sag ich mit diesem Duncan hier? Keine Ahnung. Ja gut, okay. Gehen wir wieder raus. Aber irgendwie kommt mir da schon ein bisschen spanisch vor hier. Also irgendwie glaube ich haben wir irgendwas verpasst oder sowas. Weil es ist schon ein bisschen seltsam. Hm. Na gut. Aber was soll's. Ich habe so das Gefühl, dass wir noch irgendwas machen müssten hier. Aber vielleicht kommt es ja auch noch. Vielleicht kommt es ja auch noch. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns wieder auf den Rückweg. Für heute sage ich ciao, ciao. Ich wünsche euch einen super schönen Start ins Wochenende. Erholt euch gut. Wir sehen unseren Montag wieder in aller Frische. Bis dann. Euer Aiden Hobbs. bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020